heute gibt es bei mir schaschlik und zwar so wie ich sie am liebsten mag ja ihr seht schon gleich im hintergrund ketchup 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 einmal gewürz genauso ist es wenn ich mal ein schaschlik ketchup curry ketchup tomaten ketchup und mein leckeres barbecue kurab 1.0 da ist richtig feuer drin und power richtig super lecker und genau so mache ich sie am liebsten bisschen würzen ketchup dann habe ich hier noch ein bisschen frischwasser und die schaschlik zeige ich euch jetzt mal schnell aus der nähe hallo bei holges grill da sind sie die fünf freunde ja die waren gerade von wespen attackiert ja muss man jetzt aufpassen aber ich bei mir jetzt so den ketchup schaschlik ketchup curry ketchup tomaten ketchup mein gewürz und hier drüben so ist der anzundkamin und die briketts ihr seht schon die brauchen nicht mehr lange denn ich mache das heute hier auf dem kugelgrill das ist ja wie bei einem gasgrill wenn du jetzt hier indirekt grillen willst oder direkt kannst du ja dann durch die ein aus ein aus wärmer kälter kasse alles regulieren und genauso kommen deshalb war mit die kohlekörbe machen wenn man sie weiter nach innen schiebt unter dem topf damit es natürlich heißer wenn man es nach außen schiebt dann wird es unter dem topf kälter und so kommen die temperatur dann ein bisschen regulieren so und wenn jetzt die briketten soweit sind die braun ein paar minuten in der zeit werde ich natürlich jetzt die schaschlik schnell würzen das würzen mache ich natürlich gleich hier im topf ja da geht dann nichts verloren für die gewürze und es ist eigentlich egal ob man es jetzt gleich würzt oder später würzt und nein ich werde schaschlik nicht anbraten ich mag sie genauso wie ich sie heute am liebsten mag ich werde sie hier drin im topf richtig weich garen und ich gehe davon aus es wird so circa zwei stunden dann im topf brauchen und dann ja dann probiere ich die natürlich aus und so weit ist damit fleißig fleißig richtig heftig gewürzt nein denn ich will es richtig richtig feurig scharf richtig würzig so schaut es dann aus ja wenn es fertig ist der kugelgrill ist also statt klar den einsatz habe ich schon ausgenommen hier vom rost denn da kommt jetzt der tatschofen rein da steht er richtig fest und stabil jetzt kommt frisch wasser mit in den topf genau so viel dass das fleisch also dass die schaschlik komplett mit flüssigkeit bedeckt sind anschließend verschließe ich natürlich den topf und lasst das ganze jetzt erst mal so halbe dreiviertel stund drin köcheln gucken ja etwa so circa 40 minuten sind jetzt vorbei wie schön die da drin köcheln jawohl jetzt wird es langsam zeit um unsere ketchup soße vorzubereiten ja jetzt kommt der ketchup mit ins spiel natürlich ist beim ketchup die reihenfolge total egal es kommt sowieso alles zusammen in den topf vom tomaten ketchup sage ich einmal nämlich das meiste sie jetzt das war eine halbe flasche 800 milliliter also so circa 350 bis 400 milliliter tomaten ketchup hier fülle ich natürlich haben mit frischwasser auf die mitte dann richtig schön sauber wird die flaschen und ich gehe auch ordnungsgerecht dann entsorgen kann kunststoff abfall natürlich schaschlik ketchup auch hier werde ich die flasche mit wasser ausspülen auf diese art und weise kriegt man natürlich seine flaschen schön leer und sauber alles fürs recyceln das ganze habe ich jetzt gut verrührt dann kommt natürlich der deckel drauf jetzt muss ich so richtig gucken für mindestens eine stunde werde ich das jetzt köcheln lassen und dann schauen wir mal ob das fleisch schon weich ist dann sind wir bei ca jetzt insgesamt an 145 ungefähr eine stunde 45 ja dann schauen wir mal nun gut nach ca 1 3 viertel stunden also eine stunde und 45 minuten schauen wir uns das ganze mal aus der nähe an ja und wenn er immer versucht ja auf youtube zum beispiel jetzt holger's grill dann gibt einfach holger's grün schaschlik holger's grün burger und das grün gulasch ja ihr müsst wenn es gibt da finde alles viel leichter und viel schneller und jetzt das sieht gut aus sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut naja sehr gut sehr gut muss man mal schauen aber ich schätze man das sind schon ziemlich ziemlich weich ja das ist schon sehr weich da können wir jetzt gleich einmal probieren ob die sauce passt und natürlich dann im anschluss gleich ein schaschlik ausprobieren ist klar so man hat natürlich jetzt hier auf dem kugelgrill die möglichkeit wenn dann die sauce noch zu flüssig ist auch die ordentlich bums macht man jetzt ohne deckel und das ist mein deckel unten noch einmal drauf und lässt sich noch ein einkochen natürlich wird dann die sauce wenn es ein einkocht schön dick und noch geschmacksintensiver ist ja klar weil flüssigkeit verdampft ja und genau das mache ich jetzt circa noch 10 15 minuten da sind wir bei zwei stunden und dann würde ich sagen es passt dann wird es zeit holger probiert für euch das sieht jetzt ein schaschlik aus so wie ich sie gerne mag so doll liegt und so schaut es dann aus der nähe aus lebe speck also pecken zwiebeln und schweinefleisch oh ja das ist mein schaschlik so wie ich das mag dann wird natürlich jetzt probiert da kommen wir nehmen das ganze paket schweinefleisch lebe und pecken noch hat zwiebel dazu so das wollte ich euch ja noch zeigen schaut ihr lieber schweinefleisch das zerfällt ja das geht ganz 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 leicht einfach nur runter so zack oh lecker muss mich jetzt aber nicht zusammenreißen sonst bleibt nichts übrig da muss man natürlich gleichzeitig von euch verabschieden und hoff das video hat euch wieder gefallen ja und ihr seid beim nächsten mal bei mir wieder dabei ich sage jetzt dann quasi tschüss und servus bis zum nächsten mal euer holger so